Sie arbeiten im Gesundheitswesen und stellen erste Beschwerden im unteren Rücken fest? Berufsbedingte Rückenschmerzen müssen nicht sein. Auch kein Berufswechsel deswegen. Die BGW kann Ihnen zeigen, wie sich Rückengesundheit und Leistungsfähigkeit in Beruf und Alltag spürbar und nachhaltig verbessern lassen. Mit dem kostenlosen Präventionsprogramm der BGW werden Sie individuell unterstützt. Bei der Gesundheit Ihres Rückens und bei der Weiterarbeit in Ihrem Beruf. Versicherte der BGW können sich direkt an uns wenden. Oder Ihr Betrieb, Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kontaktieren uns, wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten. Es beginnt mit der Rückensprechstunde. Erst untersucht ein Orthopäde oder eine Orthopädin Sie ausführlich. Danach berät Sie eine Fachkraft. Von Ihnen erhalten Sie Hinweise, wie die weitere Behandlung aussehen und wie die BGW Sie mit Angeboten unterstützen kann, damit die Belastung Ihres Rückens gesenkt wird. Bei einer entsprechenden Diagnose können Sie an unserem dreiwöchigen BGW-Rückenkolleg teilnehmen. Das BGW-Rückenkolleg ist ein medizinisch-therapeutisches Angebot, in dem Sie lernen, Ihren Rücken im Beruf richtig zu belasten. Sie trainieren rückengerechte Arbeitsabläufe und den Einsatz von kleinen und technischen Hilfsmitteln. Entspannungstechniken, psychologisches Gesundheitstraining und Beratung zur geeigneten Ernährung runden das Angebot ab. Bei Bedarf können Sie sich auch mit Ihrer BGW-Ansprechperson beraten. Damit sich das Gelernte im Berufsalltag festigt, bieten wir Ihnen sechs bis acht Wochen nach Ihrer Teilnahme am Rückenkolleg eine Arbeitsplatzbegleitung mit einem Abschlussgespräch im Betrieb an. Während ein bis zwei Arbeitsschichten werden Sie von einer Trainerin oder einem Trainer an Ihrem Arbeitsplatz begleitet. Sie erhalten konkrete Tipps für ergonomisches, rückengerechtes Arbeiten in Ihrem Berufsalltag. Damit Sie zukünftig in einem ergonomisch gut gestalteten Umfeld arbeiten können, besprechen wir die Ergebnisse des Präventionsangebotes gemeinsam mit Ihrer Leitung. Wir erörtern, welche Maßnahmen im Betrieb auch für die anderen Beschäftigten umgesetzt werden sollten und stellen gegebenenfalls Hilfsmittel vor. Rund eineinhalb Jahre später lädt die BGW Sie zu einem einwöchigen Refresher-Kurs ein. In diesem Auffrischungsseminar festigen Sie das Erlernte, klären Fragen, die sich im Arbeitsalltag ergeben haben und tauschen sich mit Kolleginnen und Kollegen aus. Auch andere Berufsgruppen, die Umgang mit schweren Lasten haben, sind herzlich willkommen. Nutzen Sie diese Chancen und melden Sie sich bei der BGW. BGW – für ein gesundes Berufsleben. Weiterführende Informationen und Angebote finden Sie unter www.bgw-online.de Schrägstrich Rücken.